GASP Erschränk mir nicht du Scha- Jo, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum Survival Let's Play Minecraft Die was weiß ich wievielte Folge Oh, ja, das ist gut Und ja, heute weiß ich noch nicht genau, was ich machen werde Und ja, wir werden einfach mal... Oh, meiner Minecraft Sound, oder? Ah ne, sie sind an! Sie sind an! Ich dachte, sie werden auf So, Eisen So, jetzt haben wir komplette Eisenausrüstung So, das müssen wir mal in die Truhe legen Neun Erde brauchen wir nicht 64 behalte ich mal dabei Das eine Eisen können wir mal da reinlegen Die Steinschaufel Auch Eisenerze haben wir noch Das brachten wir direkt mal Und es ist Nacht, also gehen wir schlafen Gut Nacht Ja So, da sind wir wieder Morgen Guten Morgen So Der Ofen wurzelt und Wir gehen mal raus Und Und töten erstmal die Schweine da unten So Höhöhöhöh Au Au Achso, ihr habt mir fleißig Kommentare geschrieben Wie lange ich überlebe Jo Äh Einige denken dann, ich habe lieber vorgesterben Wir werden es sehen So Ich weiß gar nicht wann Gronkh das erste Mal gestorben ist Das weiß ich gar nicht So 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 Das reicht jetzt mal Dafür brauchen wir nicht So Und ich weiß gar nicht was wir heute machen Also Ich würde sagen Wir suchen mal hier in der Aufgebung eine Höhle So Machen wir uns aber erstmal fackeln Oh Oh, sorry, falsche Taste gedrückt, deshalb war es gerade ein kleiner Leck Ich habe die Feststelltaste gedrückt So Was macht die Kuh denn da oben? Die werden wir uns gleich mal holen Wenn ich wüsste, wie ich jetzt auf den Maum drauf kommen soll Vorher habe ich zwei Pfeiler, habe ich Skelette getötet? Das weiß ich gar nicht mehr Die letzte Aufnahme Session ist jetzt schon voll lange her Okay, ich nehme heute auch nur eine Folge auf Okay, ich nehme heute auch nur eine Folge auf So Hallo Schaf So Haben wir die Fenster schon verglast? Ich bin total vergisslich, ich weiß das gar nicht Ich glaube aber schon Level 9 sind wir schon Ja Ja, haben wir da Haben wir mal Sand gesammelt, als die Hexen dann kam So So Auch Genau, holen wir da oben mal ein bisschen Kohle Kohle muss immer sein So 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 Es gibt wieder ein paar Levelpunkte Das ist aber viel Kohle Das ist aber viel Kohle An Kohle mangelt es in Minecraft ja mittlerweile nicht mehr So 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 Guck mal hier haben wir noch direkt was Was tiefer zu gehen scheint Das hat Monster an Das muss ich immer neuen Einfach Das muss ich immer gucken Also unsere Bauphasen werde ich die auch ausstellen Oh, guck mal, man sieht von unten unser Haus, das ist schön Hier kann man noch ein bisschen Kohle mitnehmen So So Schreib mal Vorschläge in die Kommentare, was wir als nächstes bauen sollen Das fänd ich cool Weil sonst weiß ich echt nicht, was wir bauen sollen Also wir werden immer eine Höhlen-Tur machen auf jeden Fall Aber wir wollen auch was bauen Also wär cool, wenn ihr das unten in die Kommentare schreibt Ich tue jetzt Kühe für Leder Was wir später für einen Verzaubungstisch brauchen Und jetzt für Rusten Die hat gar nicht viel gegeben Ja, ich brauche aber jetzt kein Leder, ich möchte eine Höhle finden Es leckt grad so ein bisschen das Spiel Könnte daran liegen, dass ich noch sehr viel andere Sachen offen hab Jetzt wird mal aufhören Dankeschön Ich geh nicht so weit weg von unserem Haus Ich hab Angst, dass wir's nicht wiederfinden Das ist mir schon oft genug passiert in Survival Kühe, Kühe, Kühe Töten natürlich nicht alle Ach du Scheiße Was ist das denn? Hui, das ist toll Junge, Junge, was ist das? Cool Zacken mit Sicherheit noch was cooles rausmachen, glaub ich Oh, das hab ich gesucht Äh, okay, ja Super So So, erkunden wir jetzt hier mal ein bisschen, ne Hier wohnt irgendwo in die Richtung Alter, Finne Die, du lassen wir mal leben Die hier auch durch Die sterben Die stehen Super da, die neue Rolf-Zukunftszie Die CD Zwei Blumen auf dem Berge Die neue Rolf-Zukunftszie Ja, zwei Blumen auf dem Berge Au Und hier geht runter Oh ja, hier geht mal Okay, wir haben etwas gefunden Was durchaus tief geht Was durchaus tief geht Ich hab jetzt Ich hab noch genug Material für Fackeln auch dabei Geh aus Wasser Und ich hör Zombies Oh, da ist ein Oh, da ist ein Oh, oh Stirb! Pass euch! Skelette Skelette sind so mies Das sind so miese Viecher Skelette sind echt ultra scheiße Boah, ich dachte, dass wir einen Diamanten Geht zwar gar nicht, aber ich dachte es Ein hier auf der Rolf-Zukunftszie Skelette sind miese Viecher Hä? Junge, ich bin so PvP gewöhnt Ich hab da oben einen Namen gesehen Schon wieder hab ich da einen gesehen Ja, ich bin so PvP Und Server gewöhnt Jetzt hör ich mal sterben Okay Ich mach mit meinem Stiggis Weil die Frage, warum ich das mache Hier in Minecraft funktioniert meine Shift-Taste grad irgendwie gar nicht Ach, was hat das blöde festgestellt haste So, das dürfte erstmal reichen So Erschränk mich nicht, du Scheißvieh 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 So, ich hab so Ohr Alter 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 Alter, ich werde sterben Nein 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 Leute, ihr habt gesehen, ich bin nicht gut in Höhlen tun Ja Die, die geschrieben haben, welche Folge wir haben, weiß ich grad nicht Ich glaub siebte Folge haben wir jetzt Die, die geschrieben haben Siebte Folge Hatten Recht Nein! Wenn wir da jetzt nicht mehr hinkommen Ich hab die Zombies doch nur auf einfach, oder? Ja Ja Junge, das war actionreich Alter Schnell unsere Sachen holen Nein Nein Das war hier unten, oder so, ne? Ne, das war da oben, auf dem Berge Auf dem Berge Ja, da stehen doch die zwei Blümchen auf dem Berge Ja, hier war das Da vorne stehen die beiden Blumen Nein Nein, es wird dunkel Ich hätte vielleicht zu Hause noch irgendwas holen sollen, oder so Steinschwerter, oder so Boah, ich Dummheit Das finde ich die Höhle nicht mehr Doch! Das isse! Oder? Nein, es ist zu dunkel hier Ich muss nach Hause Dann sterbe ich jetzt nochmal Oh, ich kann schon nicht mehr sprinten, ich hab Hunger Ja Alter, es gibt viele Höhlen hier bei uns in der Gegend Schnell nach Hause, schnell nach Hause, schnell nach Hause und ab ins Bett Ja, Tom, du kannst du auch noch Eisen? Wie gesehen habt, ich bin nicht gut in Höhlen-Turnen Jogh Jogh Oh Jogh Junge Hat der mit Rolf Zoukowski übrigens, das hab ich grad nur so gesagt Nein, nein, nein Das hab ich da nicht irgendwie vor mitgenommen Oh, Junge. So viele ganzen schönen Sachen. Auf mein Bett. Äh, ja. Okay. Ja, ich mach uns jetzt noch eben... Ach, wir haben auch kein Holz, ne? Haben wir kein Holz drin? Ja, ein bisschen. Dann mach ich uns jetzt noch eben auf Rüstung und dann ist die Folge auch schon vorbei. Also erstmal eine Spitzsacke. Jetzt ein Schwerz. Ne Axt geht auch noch. Und eine Schaufel auch. Dann haben wir jetzt wieder volle Ausrüstung. Äh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Die, die sagen siebte Folge, ich glaub, das ist die siebte Folge. Hat recht. Ähm. Ja, ähm. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lass einen Daumen nach oben da und, äh, ciao.